Kairin Olympiasiegerin Elis Licheli hat am Freitag überraschend ihren Rücktritt vom Bahnradsport erklärt. Ich genieße nicht mehr, was ich tue, und ich vermisse die notwendige Motivation, um auf höchstem Niveau zu arbeiten, erklärte die 24-jährige Niederländerin. Licheli gewann bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro als Außenseiterin die Goldmedaille im Kampfsprint Kairin. Wie schwierig diese Entscheidung auch sein mag, ich blicke auf eine großartige Karriere. Es ist jetzt Zeit für ein neues Kapitel in meinem Leben. Wir werden sehen, was mir das bringen wird, erklärte Licheli über den Kurznachrichtendienst Twitter. Punkt. Ihren letzten großen Wettkampf hatte die WM Dritte von 2018 im Zeitfahren an von Dezember beim Weltcup in Berlin.